Hallo, mein Name ist Rafaela Ehlbauer, ich bin eine österreichische Schriftstellerin und bin momentan hier in Belgrad beim österreichischen Kulturforum und hier in den Räumlichkeiten der österreichischen Bibliothek zu Gast. Und bin hier, weil ich recherchiere für meinen nächsten Roman und da haben wir uns gedacht, wir machen gleich eine gemeinsame Veranstaltung und ich bin sehr glücklich darüber. Und ja, das ist mein viertes Buch, an dem ich gerade arbeite, mein dritter Roman, der zweite kommt jetzt raus im Februar, da geht es um künstliche Intelligenz, das hat überhaupt nichts zu tun mit Serbien, aber in meinem nächsten Roman wird es darum gehen, das Leben österreichischer und auch serbischer Jugendliche zur Zeit des Ersten Weltkriegs, also des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs zu beschreiben und ich habe mir gedacht, ich fange mal ein bisschen damit an, darüber zu erzählen, worum es da gehen wird und was mein Forschungsinteresse sozusagen ist in Belgrad. Der Roman heißt Die Inkubensarablen und es geht um einen Bauernknecht, einen 17-jährigen namens Hans, der in der Nacht vom 29. auf den 30. Juni von Tirol nach Wien fährt, weil er ein seltsames Phänomen an sich wahrgenommen hat und zwar immer wenn er gewisse Dinge denkt, also ich weiß nicht, viele Leute kennen das auch, dieses Phänomen, immer wenn er ganz spezifische Sachen denkt, wie zum Beispiel, ich muss heute noch aufräumen oder so, dann spricht es jemand anderer aus, der sich im selben Raum befindet und er liest in der Zeitung, dass es eine Psychoanalytikerin gibt, namens Helene Feresch, die in Wien sich auf solche kollektiven Massen, wie soll man sagen, psychologischen Massenphänomene spezialisiert hat und fährt ohne das Wissen des Bauern, bei dem er arbeitet und das ganz desolaten Verhältnis eben nach Wien. Und es ist 1914, es ist der Abend der Kriegserklärung Österreichs an Serbien eben und er kommt dann dort an und hat natürlich kein Geld, hat überhaupt nichts mit und lässt sich dort auf der Stiege nieder und dann kommt diese berühmte Psychoanalytikerin eben und sagt ihm, er kann in 24 Stunden wiederkommen, dann hat sie eine Stunde für ihn zahlt und er setzt sich dann wieder auf diese Stiege zurück und dort begegnet ihm Klara und Klara ist die erste Mathematikstudentin an der Universität Wien und sie forscht zu bestimmten Zahlen, die heißen die inkommensorablen. Das sind Zahlen, wie zum Beispiel die Wurzel aus 2, die nicht in der Welt vorkommen, es gibt keine Länge, die genau diese Zahl repräsentiert, die aber wichtige Naturgesetze in Gang halten sozusagen. Und Klara ist der Mittelpunkt eines Traumclusters, deswegen ist sie Patientin dort. Das heißt, sie träumt dasselbe wie 500 andere Jugendliche im K&K-Reich und kann im Gegensatz zu allen anderen aber hin und her wechseln zwischen den Blicken sozusagen. Und als drittes treffen sie dann noch auf Adam. Adam ist ein tschechischer Adeliger, der übermorgen in den Krieg ziehen soll und der hat fremde Erinnerungen. Also diese drei Jugendlichen haben alle verschiedene psychologische Massen, also sie sind im Mittelpunkt psychologischer Masseneffekte sozusagen. Und diese drei Jugendlichen verbringen die letzten 24 Stunden bevor quasi der Krieg losgeht. Und gerade deswegen, weil da auch einige serbische Jugendliche vorkommen sollen, habe ich mich eben nach Belgrad begeben, weil ich auch erstens mal die andere Seite der Geschichte kennenlernen wollte und dann zweitens auch wissen wollte, wie einfach hier das Leben für Menschen zwischen 15 und 20 war, wie man den Krieg erlebt hat und so weiter und so fort. Und begebe mich da in verschiedene Museen, Archive und werde auch morgen mit einer Historikerin, die gerade zu diesem Thema forscht, eben einen Spaziergang durch Belgrad machen, wo ich sie alles fragen kann und möglichst viel dann mitnehmen nach Österreich. Ich wollte weiterreisen nach Sarajevo dann eigentlich. Das geht leider nicht, wenn mein Flug gecancelt wurde und es unmöglich ist, quasi mit den öffentlichen Verkehrsmitteln da jetzt hinzufahren. Aber es ist einfach total spannend und ich versuche aus dieser geschichtlichen Periode möglichst viel mitzunehmen. Ich bin auch in meinem letzten Roman, der sehr breit rezipiert wurde in Österreich und Deutschland und jetzt erscheinen auch einige Übersetzungen, ebenfalls auf ein geschichtliches Thema eingegangen. Also das ist so ein bisschen, könnte man auch sagen, eine Spezialität von mir. Es ging in das flüssige Land, also das ist bis jetzt auf Deutsch erhältlich, wird dann aber auch in einigen Monaten auf Englisch zu lesen sein und vielleicht, falls sich unter den Zusehern irgendjemand befindet, der unbedingt eine Übersetzung davon machen möchte. Ich bin sehr, sehr offen dafür und habe noch überhaupt keine Übersetzungen aus Osteuropa. Ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr, sehr interessanter Stoff sein könnte, bin ich jederzeit erreichbar und natürlich mein Verlag und meine Agentur sind es auch. Also senden wir auch sehr, sehr gerne Exemplare an alle Leute, die sich dafür interessieren. Auf jeden Fall, in das flüssige Land geht es um ein bisschen einen anderen Stoff, nämlich um Österreichs nationalsozialistische Vergangenheit. Wir steigen ein, ich werde jetzt auch noch ein bisschen was vorlesen, damit man sich so ein bisschen unter meiner Sprache etwas vorstellen kann, wie ich diese Themen angeht, in das Leben der jungen Physikerin Ruth, die eines Morgens erwacht mit einer furchtbaren Nachricht, nämlich, meine Eltern sind gestorben und sie muss ein Begräbnis für die organisieren in einer ominösen Gemeinde namens Großeinland. Sie fährt dann los, sucht das sehr, sehr lange, es ist auf keiner Karte verzeichnet, es ist in keinem Straßenatlas zu finden und sie findet es dann doch, aber mehr durch Zufall als durch Kalkül und findet bald heraus, dass das sehr, sehr seltsam ist, was sich dort zuträgt, nämlich steht diese gesamte Gemeinde auf einem riesigen Loch und Loch heißt hier, dass im Mittelalter bis in die frühe Neuzeit ausgehöhlt wurde, Bergbau betrieben wurde, auf eine ganz rücksichtslose Art, die jetzt dafür sorgt, dass die gesamte Gemeinde langsam einsinkt in dieses Loch. Und in diesem Loch, das ist aber nicht nur neutral, es ist nicht nur ein statisches Problem sozusagen, sondern in diesem Bergwerk hat sich im Nationalsozialismus auch ein Verbrechen zugetragen, über das niemand so gerne spricht, nämlich war da eine Nebenstelle des Konzentrationslagers Mauthausen, wo 2000 Menschen umgekommen sind am Ostermontag im Jahr 1945. Und ich erzähle noch ein bisschen was dazu, wenn ich die erste Stelle vorgelesen habe. Jetzt steigen wir mal ein, das ist nämlich die Anfangspassage meines Romans. In den frühen Morgenstunden des 21. September 2007 verschüttete ich rund 200 Milliliter Kaffee über meinem penetrant klingelnden Handy, das mich von einer unterdrückten Nummer zutiefst erschüttert, so plötzlich zum Abheben aufforderte, dass ich keine Zeit hatte, die Tasse abzustellen. Irritiert über die Unterbrechung der Arbeit verstand ich erst nach einigen Sekunden, wer da mit mir sprach. Am Apparat war ein Polizist. Und ohne die Umschweife einer ausführlichen Begrüßung hatte er mir mitgeteilt, dass meine beiden Eltern vergangene Nacht bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren. Ums Leben? Fragte ich, obwohl ich es sofort begriffen hatte. Während ich weiter auf meinen Artikel über Vektorenräume starte und die komplexen Skalarprodukte vor mir tanzen sah, teilte mir die Exekutive mit, was geschehen war. Der rote Audi, mit dessen Kennzeichen man meine Eltern identifiziert hatte, musste gestern Nacht von der Straße abgekommen und muhrenartig über eine Schotterhalde nahe Syrental abgegangen sein. Das Seltsame, erklärte mir der Beamte, war, dass beide keinerlei Wunden oder Quetschspuren aufwiesen. Zwar gäbe es eine zertrümmerte Stelle des Autos, die von der Konfrontation mit einer Leitplanke herrührte, doch spreche vieles dafür, dass das nicht der Anlass des Todes gewesen sei. Das Fahrzeug musste sich nach dem Aufprall in unendlicher Langsamkeit auf den Abhang zugeschoben haben, sich behäbig wie ein sterbendes Insekt in die Rückenlage drehen, um schließlich sanft schmiergelig über den Bergrücken in die Tiefe zu greifen. Der von der Semmering-Schnellstraße aus wegen starken Hochnebels für die anderen Fahrer vollkommen unsichtbare Rutsch hatte in einer Stieleiche sein wahrscheinlich lautloses Ende gefunden, so der Polizist. Ich saß in Pyjamahose und BH im Bett, den Laptop mit dem aufgeschlagenen Skriptum meiner Antrittsvorlesung auf den Knien und befand mich auf einmal inmitten eines perspektivisch fehlerhaften Gemäldes. Knirschend setzten sich die Winkel meiner Wohnung, des Parks vor meinem Fenster, jedes Stuhls, jedes Regals in Bewegung, um sich gegeneinander zu verkeilen. Der Mann am Telefon fuhr ungerührt fort, um seinen Botschafterauftrag zu Ende zu bringen. Somit stehe fest, dass nicht der Aufprall zum Tod geführt habe oder gar, und das betonte er, die straßenbaulichen Maßnahmen an diesem tragischen Unfall schuld gewesen seien. Endgültige Gewissheit über die Todesursache würde uns das pathologische Gutachten in einigen Tagen bringen, meinte der Mann. Und ich hörte in seinem Tonfall, der zwischen dem Duktus eines Verkehrs sowie eines Kriminalbeamten schwankte, dass auch er dieser Situation zum ersten Mal gegenüberstand. Aber da hatten wir uns schon mechanisch verabschiedet und aufgelegt. Einen endlosen Vormittag lang blieb ich still im Schlafgewand liegen und wechselte zwischen Seit, Bauch und Rückenlage hin und her. Aus dem Bett heraus sah ich den metronomischen Ampelfasen vor meinem Fenster zu, bis ich immer mehr die Hoffnung aufgab, dass sich in mir eine Umwälzung ereignen würde. Stattdessen überfiel mich eine Ahnung, aus der sich nach und nach eine Gewissheit schielte. Ich war offenbar längst Teil eines Kalküls, eines schon vor meiner Geburt festgelegten Zeremoniells, das sich nun entfalten würde. Eine kosmische Drehorgel hatte sich in Gang gesetzt. Alle Rollen waren verteilt, die Zahnräder griffen ineinander, alle Zylinder in der Mechanik warteten darauf, zur Trauerpflicht aufgerufen zu werden. Ich würde natürlich eine Beerdigung organisieren. Kaum hatte ich diesen Satz gedacht, konnte ich handeln. Ich kleidete mich an. Die neue Strumpfhose glänzte Seiden, als ich sie aus der Verpackung löste. Ich kochte Kaffee und öffnete ein Excel-Dokument. Die nächsten Stunden fasste ich Erfordernisse in Listen, fügte die zu Verständigenden in einen Mailverteiler zusammen, sammelte Adressen von Bestattungsunternehmen und Gleichnisse für Trauerkarten. Ich brachte Dinge in Bewegung und vertagte meine beruflichen Pflichten. Das hieß zuerst, meine Lehrveranstaltung abzusagen und ein Treffen mit dem Betreuer meiner Habilitationsschrift aufzuschieben. Kein Problem, Ruth. Ich schickte gleich die Bestätigung über den Sonderurlaub raus, sagte die Sekretärin des Institutes sachte. Wie informieren die Studenten, dass deine Vorlesung eine Woche später beginnt? Mittlerweile war es 12 Uhr und weil es ein Freitag war, sprangen die Studenten aus dem gegenüberliegenden neuen Institutsgebäude und drangen im Stechschritt in die Straßenbahnen. Die Koffer mit der Schmutzwäsche schon zum Fortwerfen in der Hand, die ihre oberösterreichische oder steirische Mutter in wenigen Stunden in die Waschmaschine hineinräumen würde. Ich hingegen fühlte mich so beengt, als hätte sich meine stumme Wohnung um mich herum zusammengezurrt. Ich zwang meinen Atem in einen Rhythmus, schloss für ein paar Minuten meine Augen und wartete, bis mein Puls wieder in ein Gleichgewicht geriet. Dennoch entlud sich ein Druck. Ich weinte, laut aber kurz, dachte an meine Eltern, an die feste Umarmung meines Vaters, an das Parfum meiner Mutter, an das Zusammensitzen am Esstisch für all die Jahre, an das Adventsingen, an die Streitigkeiten, an tausend kleine Momente, die in vollkommener Unordnung über mich hereinstürzten, während ich mich am Bett abstützte. Das alles hielt nur für einen Augenblick an. Als könnte mein Körper den Schmerz noch nicht in sich halten, verflüchtigte er sich sofort wieder von selbst und das Nichts verschaffte sich Platz. Erneut vollkommene Stille. Nur aus der Gastherme drang ein Ticken. Es wurde unumgänglich, etwas gegen dieses Unwohlsein zu unternehmen. Ich suchte Zweigsanor aus dem Alibert heraus, dann legte ich mich auf die Couch und wickelte mich in eine Tagesdecke. Ich war durch die vergangenen Stunden so erschöpft, dass ich endlich wegdämmerte. Die Couch sickerte trüb in die Wohnzimmerwand und hinein in die gräuliche Wolkenstimmung des Frühnachmittags. Als ich wieder zu mir kam, war mein Rücken beschwert von einer beweglichen Last. Hände gingen auf meine Schultern nieder und attestierten mir einen Schock. Tatsächlich eine Erinnerung. Ich hatte meiner Tante und zwei meiner Cousinen aufgesperrt, die die Nachricht kurz nach mir selbst erhalten hatten. Jede von ihnen hatte sich ihren Dutt fest an den Hinterkopf geklemmt und war schwarz angezogen, sodass alle drei in jeder Weise identisch aussahen. Meine Tante hatte den Arm um mich gelegt und mir mitgebrachtes Essen auf den Tisch gestellt, wohlahnend, dass ich den ganzen Tag noch nichts zu mir genommen hatte. Ruth, du weißt, wir können dir Hilfe mit dem Haushalt und mit allem anderen anbieten. Das ist das Mindeste. Die Tante war mir zugewandt, doch ihre Sätze kamen nur mit Verzögerung bei mir an. Wir waren bald in ein ernstes Gespräch über die Modalitäten der Beerdigung verwickelt, als ich ein Glas fallen ließ, in das jemand in meiner geistigen Abwesenheit Orangensaft gefüllt hatte. Ich sah die Flüssigkeit ungebremst unter mein Sofa laufen und hatte ja nichts entgegenzusetzen. Der Tisch glitt unter meinen Händen davon, das Mobiliar mir fremd, obwohl es doch meines war. Die von den Cousinen gezogenen Taschentücher, die im Akkord vibrierenden Mobiltelefone, die über das Firmament wandernde Sonnenscheibe, die rhythmisch fallenden Tränen aus meinen eigenen und fremden Drüsen gaben den Takt. Der Blasebalg meiner Lungen betätigte sich in den leeren Raum hinein. Die Abläufe waren aus ihren logischen Relationen ausgebrochen, dachte ich. Du hast einen Schock, wiederholte eine der Cousinen sinnlos und wischte mir die Haare gegen den Strich. Ins Blickfeld hinein, stand aus diesem heraus. Die Tante erklärte mir, zwischen Trompetenstößen aus ihrer zum Bersten gefüllten Nase, dass es der stete und unhinterfragbare Wille meiner Eltern gewesen sei, in Großeinland beerdigt zu werden. Großeinland, sagte ich mehrmals, um mir diesen, die längste Zeit entfallenden Namen, ins Gedächtnis zu rufen. Großeinland, 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 deklamierte die Tante als abschließendes Amen, dann sprang ich auf die Beine. Also wie wir gerade gehört haben, geht es um diese Ortschaft Großeinland, wo sie dann gleich aufbrechen wird zu einem wahren Roadtrip durch die österreichischen Voralpen. Und ich sage noch ganz kurz was zu dieser Ortschaft, weil das ist für viele Leute sehr interessant. Ich habe den gesamten historischen Background dieser Geschichte eigentlich meiner eigenen Heimatgemeinde Hinterbrühl bei Wien entlehnt. Das ist ein kleiner Ort, man könnte fast sagen eine Vorstadt, in der es eine berühmte touristische Attraktion gibt, nämlich die sogenannte Seegrotte. Das ist der größte unterirdische Hüllensee Europas. Also viele japanische und amerikanische Touristen kommen dorthin und schauen sich dieses Naturspektakel an. Und wie ich es vorher erklärt habe, habe ich eigentlich erst relativ spät, das war das Schockierende, das war auch der auslösende Punkt, warum ich dieses Buch schreiben musste, habe ich erst mit 18 circa herausgefunden, was sich dort eben zugetragen hat eigentlich im Nationalsozialismus und dass dort die Nebenstelle eines Konzentrationslagers war. Und als die Alliierten vor den Türen sozusagen standen, hat man dann beschlossen, dieses Lager zu räumen, wie es euphemistisch auf Deutsch heißt. Das heißt, die marschfähigen Menschen zunächst einmal auf einen Todesmarsch zu schicken nach Mauthausen, das heißt, die sind alle entweder auf dem Marsch gestorben, wo die Namen nicht verzeichnet sind, oder sie sind eben in den Gaskammern von Mauthausen umgekommen. Und die nicht marschfähigen Menschen wurden mit Benzininjektionen ins Herz getötet und in ein Massengrab geworfen und verscharrt und dann kollektiv vergessen. Und das fand ich eine sehr, sehr faszinierende Geschichte, also diese Gleichzeitigkeit der Touristenattraktion, des vergrabenen Erbes Österreichs quasi, und habe das dann in diese Gemeinde hineingegossen, die stellvertretend stehen soll für die gesamte Geschichte Österreichs. Also wir haben da Strukturen, die aus der Monarchie noch sich enthalten haben, wir haben eine seltsame Gräfin, wir haben eine Zerbombung im Zweiten Weltkrieg, wir haben verschiedenste Reliquien aus dem Mittelalter quasi, Folklore, Märchenhafte Elemente, die ich in diese, in dieses sehr hyperreale Ort quasi verdichtet habe. Also nur damit man sich auch selber vorstellen kann, was ich meine, wenn ich sage historisch, ich meine natürlich nicht, das könnte ich auch zum Beispiel in Belgrad hier überhaupt nicht, ich kann nicht jedes Detail wie eine Historikerin herausfinden und dann einen historischen Roman schreiben. Ich habe, wie auch beim vorigen Stoff jetzt ja schon so ein bisschen zu spüren war, habe ich immer ein fantastisches Element drinnen, das diesen abstrakten und ein bisschen absurden Ort auch immer mit ein bisschen Humor quasi porträtieren soll. Auf jeden Fall kann man sich vorstellen, dass in meiner Heimatgemeinde und in Österreich insgesamt die Reaktionen sehr verschieden ausgefallen sind. Also ich hatte sehr, nennen wir es interessante Reaktionen aus meinem, aus der Gemeinde selbst, wo ich halt nachgeforscht habe, weil, sagen wir, es waren ja diese Leerstellen da. Das war auch so. Es gab Leichen, die wurden auf anderen Grundstücken gefunden. Es gab viele Menschen, die waren überhaupt nicht verzeichnet. Es gab Leute, die sind eben unter Tage gestorben, wo sie Flugzeugteile zusammengeschraubt haben und sind auch nie aufgefunden worden. Und ein Heimathistoriker sozusagen aus meiner Gemeinde hat dann einen Brief geschrieben an den Bürgermeister und er hat gesagt, er weiß noch, was damals passiert ist. Er kann sich, also er hat noch dieses, er hat Dokumente darüber, das offizielle Archiv ist abgebrannt, verrückterweise, in den Wochen nach Kriegsende, wie das ja oft in Österreich passiert ist. Aber er weiß es noch, aber er wird, er gibt es notariell zu Protokoll und das darf dann erst nach seinem Tod geöffnet werden. Also so ist quasi die Aktualität von Geschichte. Man merkt, es gibt ja fast keine Überlebenden mehr jetzt aus dieser Zeit. Es kann eigentlich niemand Schuldigen mehr geben. Aber allein die Kinder der Schuldigen sind noch so involviert in das Ganze, dass es unmöglich ist, wirklich zu sagen, was passiert ist. Und diese leerstellende Geschichte interessieren mich sehr. Und ich bin mir ganz sicher, dass es da auch was, was Äquivalentes sozusagen in der hiesigen Geschichte geben wird. Und falls auch jemand zusehen sollte, der da irgendwie einen heißen Tipp hat, wo ich da noch Informationen herbekommen sollte zum Leben, so um das Jahr 1914 herum, wäre ich auch sehr, sehr dankbar, weil, weil da gibt es nicht so viel, was auf Deutsch publiziert ist. Aber jedenfalls gab es auch sehr positive. Also gibt es auch auf diese unrühmlichen Geschichten sozusagen immer sehr positive Reaktionen. Ich war nominiert für den Deutschen Buchpreis. Ich war nominiert für den Österreichischen Buchpreis. Ich habe jetzt den Vera Doppelfeldpreis aus München bekommen. Also es gab schon sehr viel, sehr viel Echo darauf, auch international. Und ich versuche das halt auch ein bisschen über die europäischen Grenzen hinaus sozusagen zu bringen dann damit. Also ein australischer Verlag wird jetzt dann auch mir eine Lesereise organisieren. Also ich bin jetzt schon sehr gespannt, wie dann wirklich so ganz international gesehen die Reaktionen ausfallen werden. Und ich lese jetzt noch zum Abschluss einen kurzen Teil über das Loch. Also das Loch ist quasi der Ort des Geschehens, der verdichtete Ort der österreichischen Geschichte. Das Loch war von unbekannter Tiefe, Verästelung und Feuchtigkeit. Es zog sich wie ein unterirdisches Mycel unter den Bergkuppen und Siedlungen durch, brach in Röhrchen und Netzen an die Oberfläche und schob kontinentaldriftartig das nervöse Erdreich zu grobkörnig atmenden Halden zusammen, unter denen der faulige, pilznetzige Verfallsprozess sich eingenistet hatte. Die Bodenkruste wurde im Laufe der Jahrzehnte weicher und weicher. Schmatzende Sedimente, die sich unter den Häusern und Straßen hinwegtragen ließen, gaben sich der Verflüssigung hin, die in minutiöser Kleinstarbeit von Tau und Nieselregen, feuchten Herbstabenden und Gartenschläuchen vollbracht wurde. Kein Niederschlag, der nicht wie eine spontane Einblutung dieses unter der Gemeinde schwelende Aneurysma fast zum Platzen gebracht hätte. Das Loch war im Grunde unbeherrschbar. Es war ein unendliches Ausatmen des Landes, dessen Brustkorb sich bis an die Rippen senkte, diese durchbrach und die Organe verdrängte. Der einzige Segen war, dass all das so unendlich langsam geschah, dass Generation um Generation sich die Sorge darum aufgeteilt hatte und man Alibi halber jede Woche Beton in Schächte kippen konnte und genug Zeit hatte, die zerbrechenden Fensterbretter, die sich den Absenkungen geschlagen gegeben hatten, zu tauschen, bevor die Kinder aus der Schule kamen. Der Hauptschlund, ein nicht weniger als 50 Meter breiter sowie 200 Meter tiefer Abyss, klaffte unter dem Marktplatz und gefährdete die Statik der gesamten Innenstadt, die wie der Gipfel einer Schwedenbombe ihre Fundamente auf porösem Schaum stehen hatte. Dieser Schacht, der nicht zufällig entstanden war, sondern in jahrhundertelanger Misswirtschaft ins Herz der Stadt gestemmt worden war, besaß einen mittlerweile vernagelten und abgesicherten Haupteingang direkt hinter der Kirche, aber auch sieben oder acht Nebeneingänge, die in der Schule, im Park, neben der Burgruine Zeugnis ablieferten, dass Jahrhundert für Jahrhundert tiefer gebohrt und geplündert worden war. Jede Neben- und Parallelaktion des Abbaus, privat organisierte Erkundungen und kommerzielle Blitzkriegeinstiege über die Jahrhunderte hatten die Grotte so dünnwandig instabil werden lassen, dass es für die Natur ein leichtes war, ihre Faust um das Gebilde zu schließen. Unter Tage hingegen merkte man von all diesen Veränderungen nichts. In absolutem tektonischem Stillstand sowie in vollkommener Dunkelheit fand dort alle Lebendigkeit ihr Ende. Den Pferden, die vor 200 Jahren unter Schinderei den Löschkalk aus dem Felsen gezogen hatten, waren zuerst die Augen ausgestochen worden. Ein sehendes Pferd wäre niemals freiwillig ins Schwarze hinabgestiegen. 20 Jahre oder länger, das heißt, ein ganzes Pferdeleben, hatten die Tiere unter diesen Bedingungen aushahnen müssen, um als Transporteur für die Mineralien zu dienen. Dass ich später die Geschichte des Raubbaus entdeckte, war nicht schwer zu bewerkstelligen. Man sagte, alles liege offen. Im Jahr 1890 hatte ein Großindustrieller namens Winfried Kneiss die bereits seit dem Mittelalter bekannten Kalkvorkommen abzubauen begonnen, wobei eine stets gerüchthaft in der Luft liegende Legende von Goldfunden über dem Vorhaben hing. Er hatte sich mit einer Legion Leiharbeiter aus dem Burgenland und westlichen Ungarn ausgestattet, die jeden Montag mit dem Zug bis Glocknitz transportiert wurden, worauf die Kolonne die 23 Kilometer bis Großeinland zwischen 4 und 9 Uhr morgens zu Fuß zurückgelegt hatte. Die Straßen blähten sich um diese Uhrzeit und in kleine Parzellen geteilte Zinshäuser bliesen sich von innen mit Menschenmaterial an, bis Freitag zum 21 Uhr der Druck wieder entlassen wurde und das Dorf am Wochenende zu einer Geisterstadt wurde. Der Kalk wurde in Tonnen und Abertonnen aus dem Berg ausgelöst und in die Aorten der K&K Nervensysteme gepumpt, da in Prag, Krakau und Lemberg für die florierende Eisenindustrie gebraucht wurde. Zwischen den Kriegen geschah nichts. Das heißt, natürlich geschah alles. Denn nachdem das Bergwerk durch einen Spontanverkauf offiziell stillstand, begann nun die in Habachtstellung wartende Bevölkerung eigenmächtig mit improvisiertem Material einzusteigen. Das Loch übte eine mesmerisierende Gewalt aus, ein kollektives Begehren, das das wirtschaftliche Hümen zu durchbrechen strebte, welches das Land von seiner Bevölkerung getrennt hatte. In kürzester Zeit wurde ein Vergnügungslokal und der Tage eingerichtet. Ein Casino, mehr darauf ein Bordell. Aber auch privat erotisierte diese Tiefe. Da stiegen Gruppen von jungen Männern als Mutprobe in die Nebenschächte. Verarmte Familien gingen der lange, wie ein Jucken empfundenen Ahnung nach, das sich auf dem Grund des Steinbauchs Gold finden ließe. Somnambulekreise wurden im Morgengrauen in der Nähe des Stollens gesehen und verschwanden spurlos. 1939 wurden die Schächte, die sich an einigen Stellen 40 Meter tief in den Bergstämmen, von der Wehrmacht übernommen. Ein unsichtbarer, bombensicherer Ort für die Munitionsproduktion. Eine Nebenstelle des Konzentrationslagers Mauthausen wurde eingerichtet und nun war es, wie 50 Jahre zuvor, mit den ungarischen Arbeitern der normalste aller Anblicke, die unterernährten Männer und Frauen durch die Innenstadt gehen zu sehen, die von ihren Baracken hinter den Wäldern über Land in die Stollen getrieben wurden. Das alles war aufgearbeitet, eingerahmt und zu Infotafeln zusammengefasst in den Boden gestemmt worden. Es gab eine Gedenkstätte, die dem Erinnern einen exakt bezirkelten Radius zuwies, in dessen Orbit man etwa zwei Dutzend Gladiolen pflanzen konnte. Das Loch hatte also eine klar umrissene Biografie, an der zu rühren sich niemand scheute, nur dass das gesamte poröse, wabenartige Land unter dieser Berührung zu zerfallen drohte. Genau, soviel dazu. Falls meine Bücher jemanden interessieren sollten, ich bin im Internet zu finden unter rafaelderedelbau.com, dort sind auch all meine Social Media Profile. Ich bin sehr, sehr aktiv, mache auch Videos darüber, wie so das Leben als Schriftstellerin ist und was ich so den ganzen Tag mache. Und man kann sehr gut auf dem Laufenden gehalten werden über meine aktuellen Projekte. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir in Kontakt treten würden. Schreibt mir einfach eine Nachricht oder wie auch immer, gebt mir Tipps, was ich noch beachten sollte an der serbischen Geschichte für mein nächstes Projekt. Und ich wünsche Ihnen einen guten Lockdown, bleibt gesund und alles Gute. Ciao. .